schlaflos in berlin ja es war eine lange nacht für alle beteiligten hier in der parlamentarischen gesellschaft bis in die frühen morgenstunden wurde verhandelt und teilweise blieben gerade mal eineinhalb stunden um kurz eine dusche zu nehmen und ein neues hemd anzuziehen ähnlich erging es unserem heutigen gast michael grosse brömer geschäftsführer der union und mit dem fahren wir jetzt gleich zum nächsten termin es ist also keine klassische fahrt ins wochenende sondern nur eine fahrt zum nächsten termin aber ein konventionelles wochenende das steht wahrscheinlich für keinen der jamaikaner an hallo hallo herr grosse brömer vielen dank dass sie zeit haben an diesem doch sehr turbulenten wochenende wie viele stunden haben sie geschlafen zweieinhalb aber nicht ein stück zwischendurch musste ich noch einmal telefonieren aber das heißt während der verhandlung mal kurz ne ne während während der verhandlung macht das keinen guten eindruck und ich glaube die zeit haben wir auch gar nicht sozusagen die für schlaf zu verschwenden also da geht es doch zur sache und da muss man relativ fit sein wobei zugegebenermaßen die vorsitzenden noch fitter sein müssen weil wir so ein bisschen backoffice noch machen und nicht jeder jederzeit gefragt sind gleichwohl käme die kanzlerin und man würde gerade schlafen ich glaube nicht dass das einen guten eindruck macht jetzt haben wir auch keine zeit zu verlieren sie müssen zum nächsten termin ins konrad adenauer haus ich würde sagen wir steigen ein und fahren gleich weiter ja mensch der zeitplan wurde ja jetzt doch etwas durcheinander gebracht hat man denn wirklich gestern ernsthaft geglaubt dass man es in der lange nacht der messer wie sie immer genannt wird alle strittigen punkte die ja doch noch sehr viele sind ausräumt naja wir wussten von anfang an der job ist nicht einfach wenn man sich daran erinnert früher gab es gab es drei parteien im deutschen bundestag da war vorhersehbar wer mit wem koaliert und im prinzip auch schon zur hälfte welche fragen streitig sein würden heute sind wir sechs parteien im deutschen bundestag drei können miteinander koalieren nachdem sich die spd so ein bisschen als drückeberger sozusagen geoutet hat und hat gesagt erst die partei dann das land wir müssen uns erst mal um uns selbst kümmern haben wir gesagt okay dann liegt es an uns staatspolitische verantwortung zu übernehmen und jetzt müssen wir eben gemeinsam mit cdu csu das sind schon zwei jetzt mit grünen und fdp gemeinsam lösungen finden und das natürlich sehr schwer stichwort spd gibt es da schon annäherungsversuche dass die kanzlerin doch mal bei herrn schulz jetzt gestern nacht vielleicht mal angerufen hat und um zu hören wie die lage ist ob die vielleicht doch auch überlegen staatsverantwortung zu übernehmen also die kanzlerin war jedenfalls nach meiner kenntnis bis fünf uhr morgens gar nicht in der lage sozusagen bei jemand anderen anzurufen als mit mit denen zu sprechen die eben mit denen zu verhandeln ist also herr schulz und die spd immer mehrfach gesagt sie stehen nicht zur verfügung mit denen ging es natürlich auch aber sie haben sich wie gesagt frühzeitig entschieden sich erst mal um die partei zu kümmern ich halte das in der sache aus sozialdemokratischer sicht für verständlich ich halte aber mit blick auf die notwendige verantwortung von wähler und wähler ja nun mal bekommt für wirklich falsch wir haben eine staatspolitische verantwortung wir müssen es jedenfalls versuchen wir sehen ja wie schwierig das ist aber gleich zu sagen mein job ist es nicht ich kümmere mich mal erst mal nur um die spd halte ich finde falsch entscheidung das heißt wird man auf jeden fall von unionszeiten noch mal versuchen den ja so ein annäherungsversuch zu starten nein unsere aufgabe ist es jetzt zu versuchen deutschland eine stabile regierung zu bilden und im übrigen dann auch für deutschland gute politik zu machen und das ist jetzt unsere aufgabe so haben wir es definiert die schwierig genug wir sind ja jetzt schon über drei wochen damit beschäftigt angesichts der beschriebenen unterschiede und umstände und deswegen müssen wir uns jetzt erstmal dieser aufgabe widmen und auch wenn wir uns gestern vertagt haben ich glaube in letzter konsequenz immer noch dass es klappen kann das klingt natürlich ganz gut wichtig und gute politik machen für deutschland aber die frage stellt sich doch ist das jetzt wirklich noch wahrscheinlich dass es was wird also sie haben es gerade gesagt seit drei wochen wird verhandelt in den wirklich entscheidenden punkten ist man keinen schritt weiter gekommen bislang oder naja was sind entscheidende punkte die flüchtlingspolitik kindernachzug ja die fronten sind verhärtet richtig das sind das sind die strittigen punkte entscheidende punkte sind aus unserer sicht auch familie innere sicherheit das sind zum beispiel themenfelder die uns sehr am herzen liegen und lagen familien ihrer ganzen breite in deutschland dass wir die auch unterstützen gerade wenn sie nicht so viel familien einkommen haben mit kindergelderhöhung mit kinderfreibetrag baukindergeld alles was wir auch im vertrag hatten also ich will nur mal darauf hinweisen sie haben recht es gibt große schwierige punkte noch aber es gibt auch eine menge punkte wo man fortschritte erzielt hat das sollte man jetzt nicht völlig außen vor lassen ich sag mal wenn wir unser familienpaket in weiten teilen durchbekommen ist das für uns ein schöner erfolg und wenn wir innenpolitisch die architektur unseres rechtsstaates der ja in den letzten jahren erarbeitet wurde auch so erhalten können das hätte man mit der mit den grünen ja auch nicht immer gedacht dann ist das auch ein ganz gutes ergebnis bislang aber richtigerweise wir haben noch viel zu diskutieren ja jetzt haben sie nämlich gerade gesagt es wäre schön wenn wir unsere familienpolitik ebenso durchbekommen die bekommen sie aber natürlich nur durch wenn dann wirklich am ende jamaika oder irgendeine andere koalition stehen wird ist es möglich dass jamaika noch scheitert an der flüchtlingspolitik am familiennachzug das sind punkte über die wir jetzt schon tagelang diskutiert haben tagelang gestritten haben und deswegen verdeutlicht das noch mal die gravierenden unterschiede in dem thema wir haben immer gesagt als cdu csu wir haben eine gemeinsame vorstellung wir wollen eine begrenzung der zuwanderung und die grünen wollen natürlich ich will nicht sagen genau das gegenteil aber das ist natürlich nicht deren idealvorstellung und deswegen werden wir da weiter uns auseinandersetzen müssen und nach nach ich sag mal nach dem den versuch unternehmen müssen lösungen zu finden weil es ist eine gradwanderung zwischen zwischen dem staatspolitischen zwischen der staatspolitischen verantwortung eine regierung zu bilden und natürlich mit blick darauf dass man nicht seine grundüberzeugung überall über bord werfen kann und beides passt eben nicht gut zusammen und deswegen ist es auch gerade so schwierig jetzt haben wir vorhin schon gesagt die fronten sind sehr verhärtet bei dem thema wer muss sich ihrer meinung nach bewegen ist es die csu horst seehofer der ein bisschen nachgeben muss familiennachzug in einzelfällen beispielsweise gibt es ja diverse kompromissvorschläge schon auf dem tisch die zulassen muss oder sind es die grünen die einfach darauf verzichten müssen und den familiennachzug für subsidiärschutz bedürftige erst mal ja darauf verzichten sollten wer muss sich bewegen csu oder grüne so einfach kann man es nicht sagen ich glaube gerade ergebnisse verhandlungsergebnisse von vier partnern bedingen natürlich dass man wechselseitig zugeständnisse macht nur man muss auch akzeptieren dass andere sozusagen grundüberzeugung haben die dann ebenso gut wie nicht verhandelbar sind und ich habe das ja auch schon mal gesagt auch gegenüber frau rot familiennachzug an sich findet ja statt in deutschland es ist ja nicht so dass wir überhaupt keinen familiennachzug haben die menschen die sich die eine bleibeperspektive haben die deutsch lernen die sich hier um arbeitsplatz bemühen da hat ja auch keiner in der union was dagegen wenn die zumal sie eine berechtigung haben vielleicht aus der menschenrechtskonvention familienmitglieder nachziehen lassen aber diejenigen die nur subsidiärberechtigt sind die möglicherweise aufgrund der veränderten umstände in ihrem heimatland auch dorthin wieder zurückkehren können ja da stellen wir uns doch berechtigt die frage warum muss die familie erst noch kommen wenn er sowieso möglicherweise in wenige in wenigen wochen monaten wieder in sein heimatland zurückkehren kann da ist ja dann familienzusammenführung auch möglich also das ist jetzt nur mal ein beispiel wo wir auch wert drauf legen zu sagen das ist ein ganz wichtiger punkt für uns dass wir auf anderem gebiet dann den grünen auch entgegenkommen und gekommen sind im übrigen ja auch schon das ist natürlich auch richtig das heißt also die cdu steht da wie ein fels in der brandung hinter der csu was den familiennachzug beziehungsweise die aussetzung des familiennachzugs bei den subsidiar schutzbedürftigen angehen wir haben ja lange genug gebraucht um diese gemeinsame position zu erarbeiten nun haben wir sie und jetzt setzen wir sie auch durch das ist natürlich unser gemeinsames interesse was wir nämlich heute gehört haben aus der nacht war dass es irgendwie um elf uhr mal einen vorfall gegeben hat da ist die kanzlerin wohl zur fdp zu den also in die räume der fdp wo die fdpler saßen und meinte die chefrunde vertagt sich noch etwas weil unions intern klärungsbedarf da sei bei dem thema und man sich da nochmal intern also seehofer und merkel besprechen müsste also ich kann mich nachdem wir um fünf uhr schluss gemacht haben gar nicht mehr daran erinnern was jetzt genau um 23 uhr stattgefunden hat richtig ist dass wir beides tun wir verhandeln mit den anderen aber wir stimmen uns natürlich auch als cdu cso zwischendurch mal ab so wie sich die fdp auch separat trifft und 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 die grünen auch ist ja klar dass man intern auch noch mal beratungsbedarf hat das ist ja ein weites feld das sind sehr intensive sondierungen und deswegen ist es auch so dass wir viele arbeitsbereiche haben viele themenbereiche um die man sich kümmern muss und dass man da insbesondere bei bei streitfragen sich intern auch noch mal abstimmen muss dann häufig unterbricht das war eigentlich in den ganzen letzten wochen so also das ist jetzt nicht irgendwie besonderes vorkommnis das hörte sich jetzt aber auf jeden fall so an dass man von den grünen klar erwartet da ein bisschen ja von ihrer eigenen positionen abstand zu nehmen und womöglich was würde man ihnen dann beim thema klima anbieten also auch klimaschutz wollen wir ja alle darum geht es ja nicht die rettung der umwelt die 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 natürlichen lebensgrundlagen wenn man die nicht schützen will das ist doch nur christdemokratische grundüberzeugung nur wir sagen klimaschutz darf nicht dazu führen dass wir unsere industriegesellschaft zerstören und arbeitsplätze in erheblichem maße gefährden das kann es eben nicht sein in einzelfällen wird das möglicherweise stattfinden dann muss es begleitet werden über jahre mit mit entsprechenden konzepten darüber muss man dann noch mal reden aber ich finde es auch immer ein bisschen zu einfach wie wir es bisher hatten ja die grünen sind schon kompromissbereit und alle anderen nicht so ist es ja nicht sonst hätte man ich sag mal auf ganz weiten themenfeldern ja auch nicht diese fortschritte erzielt das ist ein gegenseitiges geben und nehmen und deswegen glaube ich wir haben auch unsere kompromissbereitschaft unter beweis gestellt nur dass wir und insbesondere der für uns in dem thema verhandelnde ministerpräsident aus nordrhein westfalen armin laschet wert darauf legt dass gerade nordrhein westfalen auch arbeitsplätze behält als industrie land ich glaube darauf dafür muss man auch verständnis haben auch auf seiten der grünen aber bislang ist man sich da auch noch nicht wirklich näher gekommen doch ich glaube schon dass wir davon überzeugt sind dass wir unsere grenzwerte einhalten dass wir da auch ein stück weit darüber nachdenken müssen wie ist das mit kohle aber wir haben ein bisschen probleme mit jene wende da eine wende agrarwende kohleabbau wir können darüber nachdenken ob man sozusagen die energie aus kohle ein stück weit reduzieren kann aber wie gesagt das muss dann in einem gesamtkonzept erfolgen und deswegen sind wir bereit darüber zu reden und das hat ja auch schon stattgefunden nur die mengen sind zum beispiel auch noch sehr umstritten weil man da ja auch sehr unterschiedliche auffassungen immer hört von den von den von den fachleuten und deswegen gibt es teilweise noch diskussionsbedarf aber auch da ist man in manchen teilen schon aufeinander zugegangen so ist es nicht also sind sie nach wie vor optimistisch dass es was wird ja also dieser als christdemokrat ist man grund optimistisch und ich persönlich sowieso immer aber nach diesen tage und wochenlangen verhandlungen muss man schon sagen da gab es zwischendurch auch punkte wo man gesagt hat mensch ob das noch klappt weiß ich nicht weil wie gesagt diese gradwanderung zwischen der notwendigkeit glaube ich den wählerwillen auch zu akzeptieren und der damit verbundenen noch nie da gewesen in schwierigen aufgabe vier parteien zusammenzufügen zu einer zu einer regierung mit der frage muss ich dafür grundüberzeugung aufgeben oder kann ich diese aufgabe auch sozusagen konsensual lösen da muss man optimistisch rangehen man muss auch den anderen verstehen das ist nicht immer einfach schon gar nicht um drei uhr morgens aber deswegen machen wir heute auch noch weiter und wenn mein fraktionsvorsitzender vorhin gesagt hat schönes wochenende dann freue ich mich auf ein wochenende im konrad arndau haus ja sehr schön da reden wir gleich noch drüber was bei ihnen am wochenende ansteht eben wie vor schon gesagt habe nicht das klassische wochenende wobei so richtig klassisch ist es bei den politikern ja nie aber noch mal zurück zu der thematik gab es einen punkt wo man ernsthaft schon mal in erwägung gezogen hat wir brechen das jetzt ab gab es diesen punkt gestern oder irgendwann die letzten tage schon also aus unserer sicht nicht da wird ja auch ein bisschen ich sag mal taktiert da sagt schon naja jetzt geht es nicht weiter oder so das ist ja manchmal auch teil der verhandlungsstrategie nun haben wir eine sehr erfahrene kanzlerin die ja schon nicht nur in europa sondern auch in deutschland so manches verhandelt hat auch regierungsbildung und dies erfahren genug und die lässt sich dadurch auch meiner einschätzung nach jedenfalls kaum beeindrucken deswegen glaube ich mancher satz der da so gesagt wird ist auch noch nicht immer absolut ernst gemeint sondern hat manchmal den hintergrund dass man die anderen noch so ein bisschen animieren möchte kooperationswilliger zu werden aber das gehört dazu und deswegen glaube ich wir haben erfahren wir wären gerne fertig geworden gestern oder sagen wir so heute morgen das hat nicht geklappt aufgrund der schwierigkeiten die nach wie vor vorhanden sind und deswegen müssen wir weiter arbeiten aber wie genau soll das jetzt funktionieren wo man eben schon tage und wochen jetzt über dieselben themenkomplexe spricht und sich nicht näher kommt was muss denn passieren oder was kann noch passieren in den nächsten 48 stunden jetzt sind die verhandlungen ja bis sonntag angesetzt dass man sich doch noch irgendwie zusammenrauft ich glaube das geht eben nur indem man dieses vertrauen dass ich manchmal schon weiterentwickelt hat manchmal wieder ein bisschen zurückgegangen ist dass man sich darauf konzentriert und darauf konzentriert dass wir eine gemeinsame verantwortung haben für dieses land zu sagen mir ist die partei jetzt wichtiger als dieses land das macht die spd das halte ich für falsch und ich glaube grüne und fdp und csu sehen das genauso dass das der falsche weg ist und jetzt ist nur die frage inwieweit kann ich meine wichtigen punkte meine grundüberzeugung in speziellen themen bereichen und das sind nicht mehr viele vor dem hintergrund dass wir in anderen bereichen auch schon gute fortschritt erzielt haben wie kann ich meine grundüberzeugung bewahren wie kann ich vermeiden dass ich aus meiner sicht fehler mache und trotzdem kooperations und kompromissbereit sein das werden die entscheidenden fragen in den nächsten beiden tagen werden ich glaube wir müssen dann auch mal zu potte kommen wie das in norddeutschland heißt eine letzte frage noch zu den verhandlungen gestern wie viel kaffee red bull alkohol fließt da wenn man da die ganze nacht über verhandelt gibt es da ein paar nette szenen die sie uns vielleicht erzählen können der blick durch schlüsselloch ist ja immer sehr spannend was passiert hinter den kulissen also diese getränke die sie da teilweise genannt haben um wach zu bleiben die sind da nicht so populär also was ich jetzt in den letzten wochen an neuen getränken kennengelernt habe ist schon fast spektakulär also zum beispiel dieser dieser ingwertee damit mit irgendwelchen minzblättern hat hochkonjunkturen hochkonjunktur im prinzip müssten die börsenpreise für ingwer durch die decke gegangen sein allein durch die letzten wochen die wir da an ingwertee sozusagen zu uns genommen habe und es gibt dann in der in der parlamentarischen gesellschaft auch ein ganz leckeres getränk ich glaube sogar in der bild wurde beschrieben gem öste mir würde das nur trinken um die csu zu provozieren weil es nämlich in einem weizenbierglas kredenzt wird ich hätte es geglaubt wenn ich es nicht selbst getrunken habe es ist total lecker das ist irgendwie so eine mischung aus apfelsaft und karottensaft sie sehen wir nähern uns den grünen deutlich an zumindest auf der kulinarischen ebene herr grosse brömer wir sind angekommen im konrad adenauerhaus ich weiß der nächste termin wartet deswegen wollen wir jetzt gar nicht lange überziehen ja wir wissen jetzt dass sich die verhandler auf jeden fall mit sehr sehr gesunden getränken bei laune und auch bei laune halten und die müdigkeit bewältigen und dass das wochenende das ansteht sehr arbeitsintensiv wird eine frage noch haben sie denn irgendwas privates geplant ja hatte ich ich habe heute morgen mit meiner frau telefoniert und dass wir immer abgesagt in den letzten wochen na dann ich wünsche ihnen alles gute dass die ehe diese sondierungen noch gut übersteht und damit da bin ich sehr zuversichtlich und ja wir haben ja schon gehört also bei herrn kubicki die händen und so na der hatte ja seine frau irgendwie heute morgen übers übers tv glaube ich gebeten frische händen zu bringen das hat sie dann über andere medien wieder zurückgewiesen aber wie auch immer es ist viel los hier im politischen berlin und damit entlassen wir sie in die weiteren sitzungen und wünschen euch da draußen ein schönes wochenende bis bald